Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Rumbleverse, Freunde. Mein Name ist Manec und falls du daraus natürlich den Kanal nicht abonniert hast, dann lass mal gerne ein Abonnen-Like da. Ich freue mich auf jeden Fall wieder hier am Start zu sein. Was ist denn das da? Da muss ich auf jeden Fall drauf droppen. 100%, oh mein Gott, das wird krass. Nimm alles auf. Nimm auf. Nein. Und tschüss. Und tschüss. Oh mein Gott, ey, geil. Erstmal das Aufnehmen hier, zack. Geil, ey, richtig geil. Oh mein Gott, wir haben es ihm richtig gegeben, Mann. 10% Schaden natürlich, jawoll, so will ich das sehen. Geil, Geist ist krank. Wirklich geisteskrank, ehrlich, so. Wir haben jetzt einiges am Start. Alter Falter, wir haben Szenen wirklich krass gegeben jetzt. Oh mein Gott, ehrlich. Geil, ehrlich. So muss eine Episode anfangen, Freunde. Nicht anders, nicht anders. So, ich kann hier glaube ich runterspringen, oder? Ja. Hallöchen. Boah, den habe ich ja richtig gegeben. Und... Angreifen. Ich weiß nicht, was die Person macht, ehrlich gesagt. Aber mich würde es mal interessieren. Die Person... Die ist unten, ne? Wo ist die? Person ist einfach abgehauen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Einfach hier abhauen hier, hör mal. Schweinerei sowas. Wirklich mal. Einfach abhauen hier, hör mal. Geht's noch? Also wirklich. Achso, so ist das. Na, alles klar? Alter Schwede. Ganz schön aggressiv hier. Die Dame. Ja, hau mal schön ab. Er hat natürlich keinen Bock. Ist ja logisch, weil sie am Verlieren ist. Wo ist die? Mhm. So, wartet mal. Ich renne hier mal ein bisschen weg. Ist mir zu. Ist mir zu riskant. Aha. Krass. Das ist ein bisschen zu riskant hier, ehrlich gesagt. Ja, gut. Ich werde jetzt hier nicht, äh... Mich hier so ein bisschen belustigen über die Spieler und so. Übrigens, falls ihr irgendwie Tipps habt und so, was ich unbedingt ausprobieren soll im Spiel selber, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Also ich bin da völlig offen. Wenn ich ehrlich sein soll. Also offen und ehrlich gestanden. So, hier ist, glaube ich, was getroppt. Loot. Hier einmal hoch. Weil ich habe hier nichts zum Hallen oder so. Deshalb. Aha. Damit kann ich angreifen. Okay, 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 okay. Das wird jetzt mies knapp hier. Ja gut, das ist jetzt auch mies. Digga, was denkt ihr eigentlich hier, wer sie ist? Mann, ehrlich. Ja, komm. Jetzt fehlt nur noch du. Ich hau jetzt ab. Ich muss hoch. Oh. Ich sterbe. Ui, 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 das wird knapp. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ui, yo, das war richtig knapp. Nein. Ich sterbe gleich. Renn um dein Leben, Mann. Ich schwöre, ich sterbe gleich. Nein. Renn. Ehrlich, renn. Ich brauche Loot. Ich brauche echt Loot. Ich brauche was zu essen. Lol, wo soll ich essen? Ah, Mist. Oh, nee. Wirklich. Gleich da drinnen? Auch nicht. Hier drüben, komm. Oh, nee. Hier gibt es auch fast nichts. Ausdauer-Drink. Hau ab, hau ab. Hier ist auch nichts. Ah, ey. Hier ist gar nichts. Was ist das? Ich brauche Loot. Okay, das ist jetzt wirklich richtig mies. Ey, die Person hat es ja voll auf mich abgesehen. Wie ekelhaft ist das, ganz ehrlich. Ich habe hier keinen Loot. Ich weiß nicht, wie ich mich heilen soll. Da hinten. Vielleicht klappt das. Ah, nee. Ein Stuhl. Meine Güte. Lass mich jetzt mal in Ruhe. Digga. Ehrlich, ich sterbe gleich. Das ist so krass mies, ne? Ich sterbe. Ich kann nichts machen. Leute, ich habe verloren. Ich habe wirklich verloren. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist hier kaum Loot oder so da. Ich weiß gar nicht, wohin ich hingehen soll. Ganz ehrlich. Geil. Habt ihr das gerade gesehen? Das sah ja richtig geil aus. Ich kann wirklich nichts machen. Das ist so krass mies. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh mein Gott. Das ist mir zu eng. Wir brauchen Loot, Mann. Ich brauche Loot. Ich sterbe gleich. Das ist so Mist, ey. Ich habe echt... Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wenn ich ehrlich sein soll. Also... Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Das ist so ultra kacke. Loil, ey. Wartet mal. Ausdauer-Drink am besten auch trinken. Das aufnehmen. Und jetzt mal gucken, ob irgendwann mal Loot droppt oder so. Weil ich bin auf jeden Fall low und totgleich. 100%. Ich kann gar nichts machen. Ich hoffe, von oben kommt auch keiner runter. Digga, das ist so mies, ne? Also noch mehr Tryharden kann ich nicht. Alter Schwede, ehrlich. Ich sage es halt auch, das lädt nicht nach. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist richtig mies. Der Typ ist auf jeden Fall down gleich. Der hat... Oder... Der hat irgendwie... Keine Ahnung, wie viel Schaden gemacht. Es müsste gleich Loot neu droppen. Soweit ich weiß. Da hinten ist einer. Können wir uns vielleicht nehmen. Hier. Boah, wie viel Schaden. So, wo denn? Wo kommen die... Ich brauche jetzt Loot. Ich brauche auf jeden Fall Loot. Es kommt nichts runter, ne? Die haben immer noch keinen Loot. Das ist auch gar nicht, wie ich mich hier aufladen soll. Es gibt einige, das habe ich gesehen, die können sich aufladen irgendwie, wenn sie so stehen bleiben. Das habe ich auch schon beobachtet, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich glaube, das wird hier nichts mehr. Das sind drei Gegner hier. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich würde mich schon gerne hier aufladen, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Komm mal, wie hart die Triaden da so richtig krass, ne? Also, ich glaube, das wird nichts mehr hier. Wenn ich ehrlich sein soll. Es... Komm mal, es droppt immer noch nichts, ne? Es droppt einfach nichts. Es droppt nichts. Was ist das? Digga! Ich brauche nur einmal unten sein. Ich habe verkackt. Digga! Hier unten ist zum Beispiel einer. Die Zone wird jetzt wieder kleiner. Oh ja, sowas von klar. Ja, ich bin tot. GG. GG. Das war einfach... Ich konnte nichts machen. Ich konnte einfach nichts machen. Wo ist hier Loot? Ich habe, glaube ich, noch nie so lange auf Loot gewartet. Was ist das? Wo ist hier Loot? Wo zur Hölle ist hier Loot? Erklärt mir das mal. Wo ist hier Loot? Das ist so crazy. Krasses... Also, wirklich krasses Match. Also, muss ich einfach sagen. Wirklich, 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 wirklich krasses Match. Also... Heftig. Wirklich, wirklich, wirklich... Wirklich, wirklich krasses match. Wirklich, wirklich krasses rabbits? Untertitelung des ZDF für funk, 2017